Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, ich heiße Sie herzlich willkommen mit mir gemeinsam, die bewegten Übungen der Mittelstufe des Neyanggung »Bewege das Qi und verlängere das Leben« zu praktizieren. Sie sind die Aufbaustufe der Übungen »Wandle, Muskeln und Sehnen« und »Bewege das Qi«. Im Vergleich dazu wird eine größere Betonung auf den inneren Qi-Fluss und den Geist gelegt. Auf der Ebene des Körpers soll das Weiche im Harten und das Harte im Weichen enthalten sein. Gleichzeitig werden Bewegungen des unsterblichen Granichs, des flinken Affen, des Zinnoberroten Phönix und der göttlichen Schildkröte nachgeahmt, Bewegungen langlebiger Tiere, um damit dem Ziel eines langen Lebens näher zu kommen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020